Recht herzlich willkommen zur 58. Folge von Aborion. Ja, wir sind durch das Tor durch und in einem anderen Sektor. Dann wollen wir nochmal gerade die Karte aufrufen und gucken, was hier so los ist. Da gibt es ja ganz viele Sachen hier. Und da wird nichts angezeigt. Okay, wir sehen hier ein paar Aufträge. Es gab ein Update letzte Woche, beziehungsweise diese Woche. Und da müssen wir mal schauen, was da so geht oder nicht geht. Schwarzbrett. Fusionsgeneratoren. Lieferung Platin. Ist auch schon kein schlechter Job. Nahgelegene Station. Aber wir haben ja noch... Das war jetzt verkehrt. Das wollte ich nicht. Ich wollte F9 drücken und nicht F. Ja. Was haben wir da noch? Da haben wir vier Stationen hier insgesamt. Darum ist noch einer. Fünf Aufträge. Oh, das ist immer super cool, wenn man da... Diese... Hier geht's, ne? Klar. Okay, Fusionsgeneratoren. Muss man hierher liefern. Also da könnte man dann reichlich liefern wahrscheinlich. Wollen die, die alle haben, ne? Das ist die Frage, ob ich... Diese schon hatte oder nicht. Die wollen fünf Bohrer haben. Das wäre auch cool, Bohrer, ne? Aber wir wissen halt nicht... Heimatsektor kannst du irgendwie hin wechseln jetzt. Das ist auch neu. Hier sieht man, ist es auch ein bisschen anders geworden. Diese Linien sind glaube ich nicht mehr so hart, sondern so ein bisschen soft. Also da gab es auch ein Update. So, jetzt müssen wir gucken. Papierfabrik, Schiffswerft, Biotop, Ausrüstungs-Dock, Solarkraftwerk. Das dritte kennen wir nicht. Wo wird's Bohrer geben? Das ist die Frage, ne? Das ist der Wertstoffhof. Noch ein Wertstoffhof. War da nicht? War da nichts los, wa? Könnte auch sein. Buchholzfrucht. War auch nicht wirklich was. Annetzpauschentwicklung von Maispapier. Ja, ich würde mal sagen, die Bohrer sind zu weit weg, dass wir die hier herliefern können. Da oben war noch ein Dingens. Asteroid, ja. Ja, hat uns jetzt auch nicht weitergebracht, sozusagen. Was würde bedeuten, wir haben noch zwei Sektoren. Einmal rausgeguckt, wo sind wir? Da. Irgendwie müssen wir aus der Karte raus, weil irgendwo kommen die Besatzung des Schiffs... Okay, wir wurden nur bezahlt. Das ist ja dann auch okay. Kurz einmal hier reingeschaut. Ja, 1,3 Millionen. Ach so, was ich gucken wollte. Hier unser Handelssystem. Und wir müssen vielleicht mal überlegen. Gibt's hier was? Ne. Keine Handelsroten. Von Station kaufen. Ah, da sind die fremdartigen Schiffe schon. Antigraf-Einheiten. Wo sind sie gelandet? Ich sehe jetzt... Ah, fremdartige Schiffe, die sind ja nicht rot erstmal, ne? Ja, dann lass uns gerade gucken, wo die Tore sind. Und da. Südost-Tor. Naja, lass uns das als erstes nehmen, oder? Das andere ist noch weiter weg wahrscheinlich. Dann fliegen wir da hin. Machen wir da mal uns hin. Auf. Auf, auf. Machen wir da so rein, oder knallen wir irgendwo vorne? Ich müsste so gehen, ne? Ach so, das Chip sehen wir gar nicht, ne? Da ist es. Oh oh. Puh, das war knapp vorbei. Glitzwerfer richten sehr viel Schaden an. Sie sind aber generell ungenau. Gucken wir mal hier rein. Glitz. Was möchte er da oben haben? 100 Säure. Da gibt es viel Geld für, viel Säure. Was haben wir überhaupt im... Sauerstoff und Vieh haben wir dabei. Okay. Ob das so sinnig ist, aber okay, haben wir erstmal. Können wir gerade unsere Handelsgeschichte hier angucken. Ah, hier gibt es eine Handelsroute. Koordinate da. 69, 358. Was sagt mir das jetzt? Das ist die Frage, ne? Turbinen sind gefragt. Die können wir hier kaufen, oder wie sehe ich das? Turbinen müsste es dann hier geben. Da gibt es Turbinen, ja. Und die brauchen die am Handelsposten dann wahrscheinlich, ne? Ne, der verkauft die, die Turbinen. 69, 358. 69, 358. Das brauchen wir nicht mal anzeigen. Das kann weg. Das ist hier. Aber was will mir dieses Ding sagen? Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Haben wir das Ganze? Kein Auftrag. Ach, aber wir könnten hier jetzt die Güter kaufen. Die Turbinen. Aber dieses Ding habe ich hier noch nicht so ganz verstanden. 13.502 kaufen. Achso. Und 69, 358. Hä? Der? Achso. Oh, da sind zwei Handelsposten hier im System, oder wie sehe ich das? Ich könnte sie bei dem einen einkaufen. Für den Preis. Für den Preis bei dem anderen verkaufen. Krass. Entschuldigung. 13.503, das sind rund 3.000 Credits. Wenn ich Zähne kaufe, sind es 30.000. Aber dann kriege ich auch den Preis nicht mehr, also weiß ich nicht, ob das jetzt der Handel ist, den ich haben möchte. Das ist eine Waffenfabrik. Kuh anheuern, gute Handeln. Aber das bringt uns auch nichts. Da brauchen wir auch ganz viele Sachen, um irgendwelche Türme zu bauen, wenn... Ne, schwarzes Brett war auch nicht. Also das ist schön gedacht, aber falsch gemacht. Auch sehr interessant. Da sind wir durch das Tor dann wieder zurück, sozusagen. Ja gut, dann lass uns mal... ...das Süd-Süd-Ost-Tor nehmen. Haben wir hier schon einmal so gemacht? Ich weiß es nicht. Okay. Dann fliegen wir mal... ...zum Tor hin. Wodurch hier. Aber nicht durch die stärkste Stelle. Vielleicht hier so lang. So. Dann mal hoch. Und dann kriegen wir das Tor auch ins Ziel. So läuft's, ne? Wunderbar. Gucken wir da weiter. Was sagt dieses... ...dieser Bereich. Raumjäger-Fabrik. Ja, Solar-Panels sind auch immer ein lukrativer Job, glaube, ne? Hier waren wir bei den, die wollten die Bohrer da oben auch haben, ne? Ein Schiff, vier Schiffe, Antriebsaggregat. Ein Schiff, vier Schiffe. Die möchten Energiezellen haben, ne? Für fünf. Wurde sich nicht wirklich, ne? Nee. Dann böse. So aus, ne? Gut, der Schiff wird da angegriffen. Okay. Hier haben wir jetzt, Antriebsaggregat-Fabrik. Wir möchten die. 150 Transformatoren. Mal, ich würde da lieber Güter mit denen handeln, und zwar das. Die haben reichlich davon, ne? War auch mal ein Antriebsaggregat, das ist die Frage, ne? So. Bringt also nicht so wirklich was, ne? Einmal hier hin. Hier ist einer mit, ne? Da auch noch einer mit dem Ausrufzeichen. Ach, da gibt's mehrere von hier, oder wie sehe ich das? Oder vertue ich mich jetzt? Ach so, das waren ja auch hier die Transformatoren, alles klar. Die hatten wir ja. Und dann nochmal hier noch ein Ausrufzeichen. Das ist die Antigraffabrik. 20 Antriebsaggregate brauchen die. Kriege ich die nicht gerade eben da bei dem anderen? Antriebsaggregate. Die bauen die doch hier, ne? Oder? Ne, die waren das nicht. Die bauen das. Hat wieder gut geklappt, ne? Handeln ist es. Die haben genug da. Das heißt, diese Mission können wir definitiv... Haben die das jetzt? Ne. Das war auch nicht richtig. Jetzt habe ich doch tatsächlich... Antigraffabrik. Die wollen die Antriebsaggregate haben, ne? So, akzeptieren wir. Die 20 kaufen wir. Und die kriegen wir da. Das ist ja direkt um die Ecke. Da kann man ja richtig schön was machen, ne? Dockingport. Da sind H. Ich glaube, ich nehme den. Klappt, oder? So, F. Handeln. 20. 1600. Ich nehme 100 mit, wenn das geht. 44 ist Maximum. Okay. Dann lass uns 40 mitnehmen. Kaufen. Okay. Und dann geht's ab zur... Antigraffabrik. Keine Ahnung, wo die jetzt ist. Das war das Solarkraftwerk. Das war der Jäger. Da hinten ist er, oder? Ne. Mineralienextraktor. Solarpanelfabrik. Boah. Solarkraftwerk. Das ist hier. Und die Antigrafaggregatfabrik. Die haben jetzt auch hier ne Dingens, oder was? Achso, das waren die Transportoren, oder? Ja. Ja. Ich stelle die denn her. Mineral, okay. Da ist die Giga von der Kumbada, oder? Da ist es Wetten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht. Antigraffabrik, da haben wir es mal hin. Aufpassen, dass wir hier nirgendwo gegendeppern. Bisschen so passend lenken. Da ist ein Lookingport in der Nähe. Da sind wir schon dagegen, ne? Warclaw. Da sind wir. Und dann liefern wir. Nummer 68 dazu gekriegt. Und was kriegen wir hier von denen? Antigraf-Einheiten. Die kosten schon was, ne? Wenn ich da jetzt noch 40 mitnehme, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, oder? Oder brauchen wir die Mai-Agro? So, Karte aufmacher und wir fliegen weiter nach Südosten. Oder wo fliegen wir hin? Das funktioniert gerade nicht. Nord-West. Nord-Nord-West. Dann... Ist da unten irgendwo noch ein Tor? Süd-Ost. Nehmen wir das. Und zack, da durch. Süd-Ost. Nehmen wir das wohl nur eine Kreuzung, oder? Genau so ist es. Und da könnten wir dann... Tja, irgendwie wieder nach Norden, zum Beispiel, fliegen, ne? Oder da runter. Gute Frage, was wir da nehmen. Das Tor nehmen wir und fertig. Süd-Ost geht's also weiter. Ja, dann gehen wir in diese Richtung weiter. Schauen zu, dass wir dann durch das Tor kommen. Und ja, dann würde ich für die Folge aber auch sagen, soll's reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Bis dann.